ja genau da ja hier oben woher ist den zweiten Block von hier ich glaube hier hier sind wir auch nicht so schön da komm hier Kamera boah man hier erst rüber ich glaube das jetzt boah nein fail natürlich klappt es nicht wünsche Bastis für euch fertig fail ja gut hier unten ging es noch weiter aber wohin vielleicht musste ich ja auch hier runter ja 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 Ach ja, stimmt, da brauchen wir ja erst die Gabe unseres ersten verehrtwerten Bruders, Mechia. Gut, verehrtwert er nicht, aber... Ja, hier ging's nicht weiter, wir wollen wieder zurück. Jetzt geht's hier schon wieder los. Ja, hier hoch, dann muss ich einfach nochmal drüber springen, na los hier. Mensch, so schwer ist das doch nicht. Oh, das war knapp. Ah, Entschuldigung. So, jetzt aber. Ja, geschafft. Boah. Nein, weil jetzt hab ich keine Waffe. Jetzt könnte ich die nicht töten. Noch einer. Ach, da ist ja noch mehr. Oh Mann, die blöde Kamera. Mann. Und zack. Jetzt könnte er mich mal alle... Ach ja, genau die Geschichte. Ja, hier kann man das schön sehen. Wie sich die Welt verändert, damit man dann da hochkommt. Gib Acht, Raziel. Diese Geister sind Vampire, die ihren Verstand auf der spektralen Ebene verloren. Gleich sich ihre blutrünstige Natur dieser Ebene an, so werden sie zu Seelenfressern. Erlaube diesen Geistern nicht, ihre Körper wieder in Besitz zu nehmen. Oh, lecker. Wo ist er denn? Er saugt mir alles Seelen weg. Schwein. Na gut. Au, 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 au. Spaß. Mensch. Nein. Nein. Okay, schnell speichern. Ach, 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 ach. Oh, Mami. Meine Seele. Schnell, 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 schnell. Boah. Ah, nee, ich hasse diese Viecher. Ja. 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 Ah, sieg. Boah, schöne Geräusche. Genau. Nicht vergessen zu speichern. Man, 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 man. Genau, wie fahre denn das? Hier rüber. Ja, genau, den da. Ist nach da, man, ist nach da hin. An diese. Boah. Die Lücke da rein. Ja. Ja. Ich fahre das. Ja genau, dann auf ein so'n Ding drauf. Und dann in der spektralen Ebene. Darüber. In der spektralen Ebene. Keine Objekte manipulieren kann. Ja, entschuldige mal. So, jetzt war hier irgendwo ein Block versteckt hier, genau. Gut, wo muss der nochmal hin? Nein. Okay, nein, hier kann man auch irgendwie drehen. Nö, cool. So geht's wenigstens. Nein. Mann, wieso geht das nicht? Mann. Wieso? Geht das nicht? Oh, nee. Oh, scheiße. Super. Einmal nach ganz unten und dann wieder hochholen. Oh, sowieso Energie. Ja, und schon macht der wieder auf. Oh, scheiße. Sehen wir nachher, sehen wir nachher, sehen wir nachher. Oh, Mann. Hau ab, du Schwein. Oh, schon kommt's raus. Oh, schon. Oh. Oh, scheiße. Oh. Oh. Wow.